Oh, da drüben ist einer. Oh, den brauche ich. Oh, scheiße. Oh nein! So, mein Leute und herzlich willkommen hier zurück auf meinem Kanal zu einer neuen Folge Sackboy A Big Adventure. Ich spiele die Story weiter. Falls ihr die anderen Folgen verpasst habt, könnt ihr die gerne nochmal auf meinem Kanal nachschauen. Und ansonsten würde ich sagen, let's go. So Leute, herzlich willkommen hier zurück auf dem besten Gaming-Kanal der Welt. Ihr wisst Bescheid, da wo Gaming noch großgeschrieben wird. Wir gehen direkt ins nächste Level rein. Wir verschwenden hier gar keine große Zeit. Das heißt, Dampf ablassen. Dampf ablassen? Okay, Dampf ablassen. Soll ich mal einen anderen nehmen? Soll ich mal einen Elvis nehmen? Ich weiß nicht. Ich nehme mal einen Elvis. So, Dampf ablassen, Ziele. 8000... 8000 Bubbles muss ich holen. Das könnte ein relativ langes Level werden. Schauen wir uns das mal an. Da ist auf jeden Fall ein doppelter Punkt im Multiplikator. So. Ich bin mit Elvis unterwegs diesmal. So, was möchte die da? Du bist schon fast oben. Zwischen dir und Rex schlägt nur noch diese wirklich sehr sichere und absolut ungefährliche Zufahrt. Okay. Oh. Das war auf jeden Fall nicht richtig. Gut, die Tuz ist wieder weg hier. Wie soll ich denn da machen? Soll ich es so tun? Soll ich es so tun? Ist das richtig, was ich mache? Ui, 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 ui. Okay. Jetzt muss ich hier mit dem Zug fahren. Okay. Oh, einer ist weg. Hä? Was ist denn das für ein Level, Alter? Okay. Ich glaube, da muss ich irgendwas... Irgendwas machen, sonst explodiert es eventuell. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall gibt es hier einen Haufen Bobbel. Warte mal. Den hole ich mir natürlich. Ja, natürlich geil, wenn der mal ein bisschen schneller rennen würde, der Kollege hier. Oh, da drüben ist einer. Oh, den brauche ich. Oh, scheiße. Oder wisch. Oh, nein. Oh Gott, oh Gott, Alter. Was geht denn hier ab? Also 8000 muss ich da sammeln. Wegen dem hier. So. Ein paar Gegner. Ich spiele das Level gerade zum ersten Mal. Deswegen ist es ein bisschen... Ist ein bisschen komisch hier. Hier ist noch was. Was sind das für Dinger? Monde? Keine Ahnung, Leute. Uiuiui. Hat sie mich erwischt? Jetzt haben die mich erwischt. Nein. Wo bin ich denn? Oh, jetzt habe ich so ein Ding verloren. Ich habe alle vergessen hier. Schade. Das ist schon ein bisschen schwieriger, das Level, würde ich mal sagen. Oh, oh. Oh. Äh, ja. Interessante Bobble auf jeden Fall. So, den hauen wir weg hier. Ja, hauen hier. Ich weiß gar nicht, was passiert, wenn ich den einfach mal... Einfach mal machen lasse, oder? Gut, der wird jetzt da runtergekickt, oder was? Oh, scheiße. Oh, hier gibt es so viel Bobble, Alter. Ich verpasse hier alles. Ja, das war nicht wirklich so schlau. Mach mal hoch hier. Ich brauch unbedingt dieses Ding da. Wie komme ich da lang? Achso. Alter Schwede. Schon wieder tot? Alter, jetzt geht es hier ab, ey. Jetzt bin ich tot. Also tot, nicht wirklich, sondern eher so halb... Halb nicht am Leben. Hat der mich schon wieder erwischt hier? Gut, den hab ich aber noch gebraucht hier. Lul. Ja, hau den einfach mal weg da. Einfach mal... Einmal weg vom Fenster. So, den brauche ich noch da. Und da ist nochmal so ein Teil. Was war das? Einen blauen hab ich vergessen irgendwo. Also noch hab ich die 8.000 nicht hier. Ist ja total abgefahren. So. Lul. Äh, okay. Bin ich schon am Ziel. Hier gibt's nochmal ein paar Bobbel. Lul. Oh Gott. Okay. Okay. Oh, hier ist schon das Ende. Ich hab's leider nicht geschafft. Also ich hab nicht geschafft, die 8.000 Bobbel zu holen. Macht aber nichts. Holen wir das nächste Mal. Puh. Das war ein relativ anstrengendes Level. War zwar ein kurzes Level, aber trotzdem. Ja, die hab ich geschafft. Die hab ich auch geschafft, aber die 8.000 hab ich leider nicht geschafft. Oh. Na gut. Dann machen wir mal ein... So ein... So ein Gesicht. Elvis ist in das Haus. Yeah. Was geht ab? So, da wird's nochmal angezeigt. Ich bin leider gestorben. Ich hab nicht alle Pakete. Und eine Bobbel. Eine blaue Bobbel fehlt. Aber ansonsten geht's eigentlich. Ansonsten ist alles hier im grünen Bereich. So. Das ist der Endgegner. So wie es aussieht. Für Welt 1. So. Gut. Und wie es weitergeht, Leute. Ja. Wie wir den... Also ich denk mal, das ist ein Endgegner. Ich weiß es nicht. Das werden wir gleich erfahren. Ach ne. Ist noch kein Endgegner. Das können wir nur freischalten. Das mach ich gleich mal. Ah. So. Da ist der Endgegner. Und wie es weitergeht. Wie ich den Endgegner entweder besiege oder nicht. Das erfahren wir in der nächsten Folge. Also wieder einschalten. So Leute. Da würde ich sagen. Ich beende das Video für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Schaut doch gerne mal im nächsten Mal in, wo es genau hier weitergeht. Falls ihr mich mal live erleben wollt, könnt ihr mal auf twitch.tv slash Trilanox vorbeischauen. Lasst gerne ein Follow da und bekommt die Benachrichtigung, wenn ich wieder online bin. Falls euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne ein Abo, Like und Kommentar. Das ist komplett kostenlos für euch. Und hilft mir sehr. Gut. Und ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao. Ciao.